Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CUT. Heute ist Sonntag, der 7. Juli 2019. Neben mir sitzt du immer, die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco, hallo. Ja, unser Urlaub neigt sich dem Ende zu. Ja, erwähnt es nicht. Wir sind sowas von tiefenentspannt. Ja, zu entspannt. Dass wir wahrscheinlich Schwierigkeiten haben werden, morgen wieder ins Arbeitsleben zurückzufinden. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Vollkommen lethargisch am Arbeitsplatz sitzen. Vollkommen tiefenentspannt. Ja. So zenartig. Ja. Ja, war schön. War ein schöner Urlaub. Ja. Und natürlich waren wir auch im Kino, letzten Freitag. vor zwei Tagen und haben uns was angeguckt. Spider-Man Far From Home. Spider-Man Far From Home, richtig. Der mittlerweile 23. Ableger aus dem Marvel Cinematic Universe. Und ja, bevor wir jetzt irgendwelche anderen Sachen erzählen, erzählst du uns doch einfach mal ein paar Fakten. Ja, okay, dann lege ich los. So, der Film hat eine FSK 12, wie eigentlich alle Marvel-Filme, hat eine Laufzeit von zwei Stunden und neun Minuten, IMDb-Bewertung von 8,1, ein Metascore von 69 und Rotten Tomatoes bei 92 Prozent. Also er kommt gut an und er wird gut bewertet. Ja, spielt auch viel ein. Also an den Kassen ist er auch erfolgreich. Ja, aber das ist irgendwie, das ist so eine sichere Bank. Ja, war ich mir jetzt gar nicht so sicher. Wieso? Also, ja, können wir ja dann, können wir ja dann im, mit unseren Erwartungen, wenn es um unsere Erwartungen geht, können wir ja nochmal drüber reden. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. So, Regie führt John Watts. Wie auch schon im letzten Teil. Genau, der hat Spider-Man Homecoming gemacht, Copcar, der mir jetzt nichts sagt und Clown, das ist so ein Horrorfilm. Also, einen noch nicht ganz so, ja, schon erfahren, aber nicht super erfahren und ja, naja. Drehbuch, wie beim letzten Film auch Chris McKenna und Eric Sommers, die auch schon in Homecoming, Ant-Man and the Wasp, Jumanji gemacht haben. Vorlage gibt es Stan Lee und Steve Ditko. Kamera Matthew J. Loud, der den Thor Ragnarok, Captain Marvel, Power Rangers gemacht hat. Filmmusik, wie immer der großartige Michael, Michael Tiacchino. Tiacchino, ja. Das habe ich sogar richtig ausgesprochen. Ja, der ist einer unserer Lieblingskomponisten. Ja, genau, weil der hat Star Trek, einer unserer Lieblingsfilme, auch großartig in Planet der Affen. Dann Alles steht Kopf, Ratatouille, also er hat wirklich auch schöne Musik gemacht. Sag's. Was denn? Hat er nicht Coco auch gemacht? Äh, ja, aber das ist bei IMDB immer so wieder so verwirrend, weil, ähm, hat das jetzt nur er oder ist das dann nur ein Song oder das konnte ich jetzt nicht so genau auslesen. Auf jeden Fall ist das ein grandioser, die hat auch, die hat auch die letzten Star Wars, ähm, gemacht, also den, den, äh, Rogue One. Mhm. Zum Beispiel, ähm, zum Beispiel, und den, ähm, nämlich bei Episode 7, glaube ich, war wieder der, ähm, der Williams, kann es sein? Episode 7 und 8 hat dann doch wieder der John Williams gemacht. Auf jeden Fall unterbrichst du mich jetzt schon wieder. Entschuldigung. Lass uns kommen, ich habe so viel aufgeschrieben, ich komme ja gar nicht durch, ja. Also, so, Besetzung, und zwar ist das Peter Parker Spider-Man, wird gespielt von Tom Holland, der auch schon Spider-Man Homecoming und natürlich auch in den allen anderen Avengers Filmen dann mitgespielt hat. Und, ähm. Seit, Entschuldige, dass ich wieder unterbreche, aber seit es Marvel und Sony geschafft haben, sich zu einigen. Genau. Weil das Franchise, ähm, also Spider-Man ja quasi bei Sony liegt. Ja. Und, äh, Im Herzen der See hat er auch noch mitgespielt, auch noch einer der größeren Filme. Dann auch hier wieder Nick Fury mit am Start, Samuel L. Jackson, ja, der hat, ähm, jetzt, ich glaube, das halbe Filmuniversum von Quentin Tarantino hat er mitgespielt, Pulp Fiction, Jackie Brown. Dann Entschäft, äh, die Neuauflage, Glass, Unbreakable, Kong, Skull Island. Ja, die wird die nicht kennen. Dann habe ich dann irgendwann mal aufgehört aufzuschreiben. So, dann, äh, der Quentin Beck, a.k.a. Mysterio, sieht man ja auch schon im Trailer, ein bisschen, das ist der Jake Gyllenhaal und, äh, der hat bei Nightcrawler mitgespielt, Brokeback Mountain, Donnie Darko war sein Durchbruch, Prisoners, Stronger, genau, auch hier ein großartiger Schauspieler. Fantastisch. Ja, May Parker wird gespielt von Marisa Tomei. Die ihr im zweiten Frühling erlebt irgendwie, habe ich so das Gefühl? Ja, nee, habe ich, also schauspielerisch? Nee, finde ich jetzt nicht. Die ist halt immer noch knackig, also für ihr Alter und deswegen. Ja, aber das war doch damals so. Ja, aber die hat ja nie richtig, ich finde, die hat nie richtig ihren Durchbruch gehabt. Also die ist immer so eine, die ist immer eine Nebendarstellerin geblieben, finde ich jetzt. Ja, aber ich kenne sie halt aus der Wutprobe. Die Wutprobe? Ich mag die Wutprobe. Ich nicht. Adam Sandler. Ja, der einzige Adam Sandler-Film, den ich mag, aber den mag ich nur wegen Jack Nicholson. Nee, der einzige Adam Sandler-Film, den ich mag, ist, wie wir im Football spielen. Punch, Strong, Love? Nein. Ich weiß nicht, es gibt keine Gute. Irgendwas mit Regeln, da wo er im Gefängnis Football spielt. Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Das ist wirklich der einzig gute Film, finde ich. Also weil der, ist halt auch ein Sportfilm. Sportfilme machen da schon mal mehr Spaß. Ja, auf jeden Fall ist sie bekannt geworden mit Mein Vetter Winnie, hat sie dann, ich glaube auch sogar einen Oscar bekommen. The Wrestler hat sie mitgespielt in The Bedroom, The Big Short. Ja, sie hat schon auch bei, ich weiß nicht. Aber jetzt keine herausragenden Rollen. Nein. Stimmt. Naja. Aber dass sie überhaupt jetzt wieder so präsent ist. Ich hatte mal so eine Zeit lang das Gefühl, dass sie eigentlich gar nicht aufgetaucht ist. Irgendwo. Ja. Wie dem auch sei. Fahren Sie fort. Danke. Happy Hogan ist der John Fythrow. Regisseur, Produzent, Schauspieler. Also er ist im Prinzip alles in einem. Genau. Kiss the Cook hat er mitgespielt und auch selber Regie geführt. Iron Man 1 bis 3 hat er Regie geführt. Produziert hat er produziert. Nee. Doch. Nicht alle drei, aber beim ersten hat er ihn. Produziert schon. Shane Black hat doch den dritten gemacht. Ja, aber den ersten hat er ja schon gemacht. Genau. Und hat, also Happy Hogan ist quasi der Chauffeur von, und Sicherheitsbeauftragter und was weiß ich was. Also das Mädchen für alles für Iron Man, für Tony Stark. Und The Wolf of Wall Street hat er auch mitgemacht, aber da habe ich ihn irgendwie jetzt gerade nicht vor Augen. Egal. So, dann die MJ wird gespielt von Zendaya. Es ist immer mysteriös, wenn jemand nur einen Namen hat. Ja. Naja. Manche Leute kommen wirklich mit einem Namen auf die Welt. Ja, das Mädel kommt aus der Disney-Schmiede. Disney Channel. Ja, da hat sie ihren... Ihre Shows, ja. Ihre Shows gehabt als irgendwie Backstage-Tänzerin hat sie irgendwie angefangen. Und ihren Durchbruch hatte sie natürlich mit Spider-Man Homecoming. Daraufhin hat sie auch in The Greatest Showman mitgemacht. Und so weiter und so fort. Da ging es dann steil bergauf. Ja. Die ist bei uns... Ich habe so ein bisschen gelesen über sie, weil ich dachte, ich kenne die Frau nicht. Mhm. Die ist... Also die hatte ja zwei Shows. Also die zweite hat sie geschrieben und produziert sogar bei Disney Channel. Mhm. Und die Hauptrolle. Und die... Also was man ihr wohl nachsagt. Wie gesagt, ohne die Frau zu kennen, ist das halt wirklich ein gutes Vorbild für die Jugend ist. Also halt jetzt nicht so... Ja, habe ich auch gelesen. Also nicht so überkandidelt abgehoben ist. Nein, gar nicht. Also sie will halt... Also sie hat auch ein Buch geschrieben. Und sie will halt wirklich auch ein gutes Vorbild sein für die ganzen... Ich glaube vor allem auch jungen Frauen da draußen. Ja. Ja. Das finde ich schon mal positiv. Steht die da zumindest in Hollywood zur Zeit sehr hoch im Kurs, habe ich das Gefühl. Mhm. Auch wenn sie bei uns jetzt eher... Unbekannt ist. Also mir zumindest. Wahrscheinlich, wenn ich meine Tochter fragen würde. Meinst du? Die würdest du wahrscheinlich kennen. Ja, aber dann wahrscheinlich eher die größere, oder? Nee, die kleine Disney Channel. Ja. Die gucken doch sowas immer. Okay. Na gut. So, und als letztes habe ich noch den Ned Leeds, der Kumpel von Spider-Man, Peter Parker. Ach der. Genau, das ist der Jacob, Jacob, Bettelon. Auch hier schon bei Spider-Man Homecoming dabei und Everyday. Also die etwas tägliche asiatische Kumpelform. Ja, genau. Ja, sein. Nerd-Kumpel. Genau, sein Nerd-Kumpel. Mhm. Ja, und dann habe ich dann, weil es natürlich ein riesen Cast ist, auch die ganze Schulklasse, die zwei Lehrer, aber die habe ich jetzt nicht mehr alle mit aufgeschrieben. Ja, alles in allem quasi, the gang is back, komplett wieder vereint. Dann würde ich sagen, lese ich mal den Pressetext vor. Peter Parker ist wieder da. Tada. In Spider-Man Far From Home, dem nächsten Kapitel der Spider-Man Homecoming-Reihe, entschließt sich der freundliche Superheld aus der Nachbarschaft mit seinen besten Freunden, Ned, MJ und dem Rest der Clique Urlaub in Europa zu machen. Was ist das denn? Das stimmt doch gar nicht. Doch seinen Plan, die Superheldenkräfte für ein paar Wochen hinter sich zu lassen, muss Peter schnell aufgeben. Nick Fury bittet ihn, das Geheimnis um zahlreiche, schwere Angriffe aufzudecken, die Zerstörung über den ganzen Kontinent bringen. Das ist totaler Bullshit. Also das ist der schlechteste Pressetext ever. Da stimmt halt gar nichts. Also weder gibt es eine Spider-Man Homecoming-Reihe, noch macht Spider-Man... Oder vielleicht wissen wir es ja nicht. Nein. Okay. Noch macht Spider-Man Urlaub. Nein. Es ist eine Studienreise. Studienreise, genau. Von der Schule. Noch bittet Nick Fury ihn, das Geheimnis um zahlreiche, schwere Angriffe aufzudecken. Nein. Das hat echt überhaupt nichts mit dem eigentlichen Film zu tun. Das war mit der Praktikantenarbeit. Ja, ich frage mich dann immer, haben die den Film auch gesehen oder vielleicht nur den Trailer und haben sich dann selber irgendwie zusammen gereimt, um was es gehen könnte. Vielleicht wurde der Pressetext outgesourced und dann haben sie eben halt den Trailer Wähler so, schreib mal. Ja. Furchtbar. Keine Ahnung. Also das ist wirklich schlecht. Das ist wirklich schlecht. Also es gibt ja schon so Pressetexte, die einfach nichtssagend sind. Oder zu viel sagen. Ja, auch. Aber das ist einfach falsch. Das ist einfach mal falsch. Ja. Oh Gott. Wie sieht es aus? Wie war denn so deine Erwartungshaltung? Wenn du mich schon so fragst. Also ich habe mich natürlich darauf gefreut und meine Erwartungshaltung. Ich meine, es ist ein Spider-Man-Film. Also da weiß ich schon, was ich zu erwarten habe. Es wird auf jeden Fall Spaß machen. Mich hat es halt so ein bisschen interessiert, wie sie jetzt da weitermachen nach Endgame. Das war eigentlich, weil es soll ja jetzt, wenn ich es jetzt richtig weiß, der Abschluss einer Phase sein. Das ist der Abschluss von Phase 3. Genau. Erstmals nicht mit einem Avengers-Film abgeschlossen. Ja. Und das war so einfach die Hauptfrage, wie sie es jetzt machen. Das war so meine Erwartungshaltung. Also, oder mein, ja, genau. Das war eigentlich, das ist eigentlich so, war so meine größte Befürchtung oder meine größte Angst. Weil du hast ja so mit Endgame tatsächlich so einen emotionalen Abschluss gefunden. Und ich weiß nicht, ob ich dir erzählt habe, aber es gibt ja hin und wieder so im Videospielbereich so dieses Phänomen mit den DLCs, mit diesen Downloadable Contents, die oftmals hinterhergeschoben werden. Und ich hatte da eben schon so die Erfahrung gemacht, dass ein Spiel quasi eine Geschichte zu Ende erzählt hat und dann eben DLCs nachgereicht wurden, die halt dann zwischendurch wieder stattgefunden haben. Also Geschichten vor der Geschichte erzählt haben, die sich halt irgendwie falsch angefühlt haben, weil du halt wusstest, wie das Ende der Geschichte ist. Und das ist jetzt ein Vergleich, der ein bisschen hinkt, weil Spider-Man Far From Home tatsächlich nach den Ereignissen von Endgame spielt. Das, glaube ich, wäre echt ein Fehler gewesen, wenn sie das, wenn sie es vorher hätten spielen lassen. Das wäre schwierig geworden, emotional. Aber das war tatsächlich so meine Befürchtung, wie sich das anfühlt eigentlich. Also gar nicht so sehr, ob sie das hinkriegen. Ich hatte auch nach dem Trailer schon genauso wie du das Gefühl, ja, das wird eine sichere Bank. Und Spider-Man, Tom Holland mag ich, passt in die Rolle. Man hat ja in den Trailern schon gesehen, dass sie so auch so ein bisschen dieses, dieses, diese, diese Post-Post-Endgame-Melancholie so ein bisschen anklingen lassen. Aber tatsächlich war das meine größte Befürchtung. Also wie gehen sie damit um? Ich meine, das ist ein Ereignis, das die Welt erschüttert hat. Und ja, aber ich wusste halt nicht, wie sich das anfühlen würde. Das war so meine Vorfreude. Ja, wusste, das wird ein toller Abend, Nachmittag. Aber irgendwie, wie sich das halt emotional jetzt anfühlen würde. Genau. Ja, und wie war dann so dein erster, deine erste Gefühlsregung nach dem Kino? Ja, ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Also es hat Spaß gemacht und ja, ich glaube, der erste Film hat mir besser gefallen. Also Homecoming. Also der hat nochmal einen Ticken mehr Spaß gemacht. Und da ist es jetzt halt einfach so, jeder, jeder Superhelden-Film steht und fällt dann mit dem Bösewicht. Und das war so ein bisschen, ja. Muss man halt jetzt auch höllisch aufpassen. Ja, was man sagt. Ja. War so ein bisschen mau, ne? Ja, so ein bisschen. Und vor allem halt, also es gibt halt Marvel-Filme. Weil er gehört halt einfach zu diesem Universum, die hallen halt so ein bisschen nach. Also und da ist außer, ja, da verrate ich jetzt nicht zu viel, aber das ist der Endkampf, bleibt da einfach nicht viel. Also da haben sie wirklich nochmal alles reingesteckt, was nur geht. Also das ist der Wahnsinn, also das ist wirklich der Wahnsinn. Aber der Rest ist so, ja, das plätschert halt so vor sich, also gefühlt so ein bisschen vor sich hin. Ja, aber außer, also mich hat der halt, ich habe es ja noch. Also zwei Tage später ist halt nicht mehr viel da. Und das ist halt immer schon so ein, ja. Ich habe es ja schon nach dem Kino direkt gesagt, dass das halt, dass mich der emotional nicht mitgenommen hat. Und der End so fulminant und optisch beeindruckend und auch gut inszeniert, auch den ich den Endkampf finde, er hatte für mich keine Relevanz im Sinne von, dass du jetzt Angst haben musstest um irgendjemanden. Und das ist ja eigentlich das, dass du emotional, es stammt für mich nichts auf dem Spiel. Das ist wieder so dieses, ich nenne es den Civil War Effekt, dass ich auch bei Civil War, dass der an mir vorbeiging, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass da was auf dem Spiel steht. Ja, ja. Er ist noch zu jung für diese Verantwortung, die ihm jetzt da aufgebürdet wird. Er hatte auch so ein bisschen das Gefühl oder zumindest wird es ihm und dem Zuschauer vermittelt, er müsse jetzt in die Fußstapfen von Tony Stark treten. Was ihm halt einfach unglaublich schwerfällt. Er will halt einfach nur Teenager sein. Wobei das auch wieder, finde ich, ein bisschen, das hätten sie ein bisschen anders machen sollen, weil es gibt ja noch genug andere Superhelden. Es ist ja nicht so, dass er jetzt der Einzige ist, wo übrig geblieben ist. Ja, aber die Beziehung zwischen ihm und Tony war schon eine besondere. Ja, aber das wissen ja, das wusste ja die Welt jetzt nicht. Das war ja was, was jetzt nur der engste Kreis gewusst hat. Also da hast du jetzt keine Pressekonferenz gehabt. Oder ich weiß nicht. Also das ist jetzt mein Eindruck. Also ich finde, dass diese, dass die Welt jetzt denkt, er ist jetzt der Nachfolger von Iron Man. Das ist schon sehr, finde ich, sehr weit hergeholt. Also weil es gibt in den ganzen Filmen. Denkt das die Welt? Wo kommt denn das zu? Oder denkt er das? Ich weiß nicht, ich meine. Also er fühlt sich so, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Also ja auch der Hinterlassenschaft von ihm, ohne da jetzt spoilern zu wollen, das erweckt schon den Eindruck, als müsse er jetzt da die Nachfolger antreten. Und er ist nicht bereit dafür. Nee, ist er ja. Also er ist auch, er gesteht sich das ja auch selber ein. Und er will das auch gar nicht. Er will eigentlich nur diese Klassenfahrt, diese Studienfahrt genießen und seiner Angebeteten näher kommen. Das ist eigentlich sein Ziel. Und er wird ja ständig abgelenkt und halt von Nick Fury zwangsrekrutiert. Aber dich das jetzt zu viel verraten? Nee, nee, das sieht man ja im Trailer schon. Achso, ich habe den Trailer gar nicht mehr so vor Augen. Ja, im Trailer sieht man ja auch schon Jake Gyllenhaal. Und da kommt etwas zur Sprache, das ein Kumpel von uns, Mario, schon angesprochen hat. Eigentlich so im Scherz. Er meinte irgendwie so, jetzt pass auf, jetzt geht es ums Multiversum. Und plötzlich kommen halt Superhelden aus anderen Dimensionen, aus Parallelerden sozusagen. Und das kommt ja auch im Trailer schon zur Sprache, dass der Mysterio aus einer Parallelerden ist. Aus einem Paralleluniversum oder aus einer Paralleldimension quasi stammt. Paralleluniversum, Multiversum. Das kam ja auch schon in Spider-Man, Into the Spider-Verse, diese Thematik. Habe ich auch gleich dran gedacht, ja. Und naja, wenn sie diese Tür aufstoßen mit dem Multiversum, können wir uns ja im Spoiler-Teil nochmal drüber unterhalten, dann ist das natürlich schon irgendwie so eine carte blanche. Da können sie ja im Prinzip machen, was sie wollen. Ja. Und als ich das dann im Trailer gehört habe, dann dachte ich mir so, das ist so ein Ass aus dem Ärmel schütteln, irgendwie so ganz billig. Klar mag das Kanon sein, irgendwie mit den Comics einhergehen, dieses Multiversum. Aber ich finde es so ein bisschen billig. Ja. Dass man halt so, ach, jetzt ist auf der Erde nicht genügend Superhelden, dann machen wir halt Multiversum, da gibt es noch andere. Naja, ich meine, das ist halt, ich habe, wie gesagt, eigentlich gehofft, dass jetzt so ein bisschen neben der Spider-Man-Geschichte so ein bisschen das weitererzählt wird, was jetzt mit Endgame oder was nach Endgame ist. Aber das war jetzt so am Rande der Geschichte, dass du, also ich weiß jetzt nicht mehr. Es wird sehr schnell abgefrühstückt. Ja, und auch das Ende ist, also, und auch, ja, das Ende, also es gibt zwei, also nur mal kurz, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, bleibt komplett bis zum Schluss sitzen. Es gibt zwei Post-Credit-Szenen. Und, ja, aber, also ich weiß jetzt nicht mehr. Und irgendwie, ja, käst mich das so ein bisschen an. Weil, ich hätte es jetzt schon interessiert, wie jetzt die Reise weitergeht. Und vor allem halt auch mit den Avengers. Ja, das ist, das ist, aber genau das, was, also das, was du ansprichst, das spiegelt auch so ein bisschen mein, mein Gefühl wieder, dass, dass man jetzt, ja, es ist irgendwie so ein, Ich meine, es ist so ein, es ist so ein, es ist schon ein Spider-Man. Aber es ist ein Abspann, es ist eine Extended-Post-Credit-Scene zu Endgame. Es ist so ein Anhängsel. Und das ist aber genau das, was ich vorhin schon meinte, wie sich das anfühlt. Es fühlt sich nicht an, wie ein eigenständiger, also für sich groß alleinstehender Eintrag im Cinematic Universe. Sondern es ist irgendwie so ein Anhang. Es fühlt sich an, wie so ein Anhang. Und diese, diese... Ein Vorrunkel? Naja, das wird, nee, das wird zu böse. Dafür ist er zu gut. Ja, ja. Aber die, ich finde auch, dass die Ereignisse, diese wirklich welterschütternden Ereignisse aus Endgame, mit diesem Blip, wie sie ihn jetzt bezeichnen, also die Leute, die einfach mal ein paar Jahre weg und dann wieder da sind, dass das halt relativ schnell abgefrühstückt wird. Mhm. Ja, ja. Und da denke ich mir, okay, das muss doch irgendwie sichtbar sein. Mhm. Ja, weil du hast nicht das Gefühl gehabt, dass das auf der Welt sichtbar war. Also ich fand zum Beispiel, dass man halt in Endgame, also bevor die Leute wieder zurückkamen, deutlich gesehen hat, was das für Auswirkungen hat, dass die alle verschwunden sind. Und jetzt sind sie auf einmal alle wieder da und es sieht aus wie immer. Ja, ja. Venedig sieht aus wie immer. So voll wie immer. So voll wie immer. Das, ja, natürlich stimmt schon, weil da hätten sie ja, also die Hälfte der Touristen hätten sie ja einfach mal wegmachen sollen, weil im Prinzip, wie viel… Ja gut, die sind schon wieder da, aber sie sind halt fünf Jahre älter. Also auch damit, da haben sie ganz wenig draus gemacht. Mhm. Dass die Leute, die wieder da sind, nicht gealtert sind. Stimmt, die sind ja alle wieder da. Ich habe jetzt nur kurz an Leftovers gedacht, wo dann alle gar nicht mehr wiederkommen würden, sondern die sind dann komplett woanders. Ja, aber die Hinterbliebenen sind ja fünf Jahre gealtert. Ja. Und da haben sie halt auch relativ wenig draus gemacht. Die Eingangssequenz ist super, dieses Schulvideo da. Ja, ja. Da wird das alles nochmal behandelt. Ja. Aber, ja. Wir reden eigentlich jetzt schon, also wir haben ein Spoiler-Teil, findest du nicht? Nee, find ich nicht. Na gut. Für mich geht es eigentlich allgemein darum, welche Auswirkungen halt Endgame jetzt auf Far From Home hat und ich finde, wenig. Ja. Wenig, wie gesagt, der Aspekt natürlich, was Peter Parker in seiner Rolle als Zögling, von Tony Stark, welche Bürde ihm da auferlegt wurde. Aber ansonsten, finde ich, hat man Endgame nicht viel gespürt. Nein, gar nicht. Hat ja, auf der einen Seite tut das ja auch gut, weil es ja doch wieder ein sehr leichtfüßiger, sehr humorvoller Film ist, größtenteils. Schon mit ernsteren Anklängen, aber er ist nicht so schwer. Aber das sind doch alle. Nee, also Endgame war schon relativ schwer. Ja, aber er hat trotzdem seine Momente gehabt, wo du hast lachen oder schmunzeln können. Also natürlich waren die nicht so oft, aber. Also ich finde, dass es ein sehr unterhaltsamer Spider-Man-Marvel-Film geworden ist, wie nicht anders zu erwarten von dem Team und auch jetzt auch, also die Charakterisierung von Spider-Man fand ich hervorragend. Und dass es halt mehr als alle anderen jetzt eher diesen Teenie-Teenager-Aspekt da hervorgehoben haben. Ja, weil er ist ja erst 16. Ja, 16, 17, sowas mit dem Trainer. Nee, 16 sagt er. 16. Ja. Aber ansonsten halt halt wirklich nicht viel nach. Mhm. Und das ist jetzt auch so mein Fazit eigentlich, jetzt vor dem Spoiler-Teil. Oder hast du noch irgendwas anzumerken? Nein. Ja, es ist, ja, er ist sehr unterhaltsam. Wir haben viel gelacht. Die Effekte sind state of the art. Also da braucht ihr mal überhaupt nichts. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Vor allem, und jetzt kommt's, es ist komplett am helllichten Tag. Ja. Nee, nicht ganz. Wieso? Der Endkampf ist am helllichten Tag. Ja, der Endkampf schon, ja. Also und das, das habe ich ja schon lange nicht mal gesehen. Also das halt, da ist kein Wölkchen am Himmel und du siehst alles. Und das in einer Geschwindigkeit, wo du halt, also es ist jetzt nicht so, dass du denkst, wow, jetzt haben sie es so schnell gemacht, dass du wieder mal nichts siehst, sondern es passt halt perfekt. Also es ist die, es ist wirklich, also wow. Ja, also die Übersichtlichkeit ist wirklich hervorzuheben, weil wir sind ja immer die Ersten, die das anprangen, wenn man in dunklen Action-Sequenzen nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Ja. Ähm, ja, es ist sehr unterhaltsam, es ist actionreich, es ist gut inszeniert, es ist humorvoll, es passt eigentlich alles. Der Bösewicht schwächelt so ein bisschen. Die Liebesgeschichte auch. Dafür, dass es ein Romanze ist, schwächelt ganz schön. Ich bin immer noch, ich bin ja immer noch nicht schlüssig, was ich von dieser Version der MJ halten soll. Wir haben eh schon mal drüber gesprochen, weil für mich MJ jetzt in den Comics und natürlich jetzt auch in den bisherigen Filmen schon immer so ein bisschen, ja, die war schon, ne, also eigentlich so das Mädchen an der Heiß, also an der Schule, mit dem eigentlich jeder zusammen sein wollte und so klischeehaft und oberflächlich das jetzt klingen mag, aber das ist halt so, das war halt auch immer so ein bisschen was Besonderes, dass ausgerechnet Peter Parker, der ja eigentlich wirklich so ein Nerd ist, ähm, ja, sie da erobern konnte, ihr Herz da erobern konnte. Und sie ist jetzt mehr wie er eigentlich, also sie ist halt auch so ein bisschen nerdig und so ein bisschen komischer Humor und so ein bisschen, ja, sagt immer, ja, ihr Herz liegt auf der Zunge, also sie sagt halt immer frei raus, was sie denkt, was man zu manchmal sehr komischen Kommentaren führt. Ähm, ja, ich bin, ich weiß noch nicht, was ich von ihr halten soll. Sie ist mir jetzt nicht unsympathisch, also sie ist jetzt, ich finde sie, also tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber ich finde sie immer noch tausendmal besser als Kirsten Dunst. Kirsten Dunst als MJ fand ich komplett fehlbesetzt. Ähm, da finde ich jetzt diese, diese Herangehensweise einfach komplett, also komplett anders, ähm, finde ich da schon, finde ich da sogar besser, aber ich weiß immer noch nicht genau, was, was ich davon halten soll. Also ich finde sie süß, also ich finde, die haben schon eine gewisse Chemie, aber Finde ich gar nicht. Findest du nicht? Nee. Also das ist, das geht mir irgendwie ein bisschen flöten, also, ähm, ja, weil sie halt, ähm, sie ist halt zu cool. Also auch am Ende dann halt, ähm, ich weiß nicht, die ist, ja, mir ist die zu kühl. Zu cool und zu kühl. Zu distanziert. Ja, absolut, finde ich. Und, ähm, ja, natürlich ist das auch Teil ihrer Rolle, aber wenn dann halt mal der Punkt kommt, wo zwei, die zwei sich annähern, das sollte dann eigentlich fallen. Also dann sollte halt wirklich, äh, dann die Chemie spätestens dann sollte zwischen den beiden stimmen und, ähm, also ich finde, das passt null. Und ich bin, also ich mochte zum Beispiel damals Tobey Maguire und Kirsten Dunst. Also ich meine, allein diese Filmszene mit dem Kuss, also das, das hat noch keinen Spider-Man-Film geschafft, so eine Kussszene. Und das ist nach wie vor immer noch, glaube ich, unter den Top Ten der Kussszene aller Zeiten. Und das ist halt, allein dafür, ähm, ja, finde ich. Nee, Kirsten Dunst geht nicht. Ja, ich fand schon. Also ich habe aber auch die Comics nichts gelesen, ich habe da auch keine Vorstellung. Aber ich fand sie schon auch passend. Und sie ist für sich schon auch, ähm, jemand, wo, äh, ja, wo schon auch, ja, auf dem Podest hätte stellen können. Also für die damalige Zeit. Also sie ist jetzt natürlich, ich finde, ganz, ja, ganz gut gealtert. Aber in der heutigen Zeit, ja, würde das jetzt vielleicht nicht mehr gehen. Aber das ist, ich frage mich dann halt so natürlich, wenn so ein Mädel, äh, wie die Seldana, äh, wenn es ist... Zendaya. Zendaya, Seldana. Das ist ja die andere. Also ich finde sie ja toll, wenn sie dann irgendwie ein Vorbild für Mädels sein will. Aber ich, ähm, sie ist halt irgendwie so ein Krufti Hungerhaken, der da in der Gegend mit mürrischer Miene rumstampft. Und dann weiß ich nicht, ob das jetzt genau das richtige Vorbild für Mädels sein sollte in so einem Film. Weil sie halt, äh, wenn, wenn Peter Parker weiß es, ist sie halt schwarz. Natürlich dann Gegensätze, aber null, ich finde, ich weiß es nicht, überhaupt nicht. Ich hab, ich hab da auch so, so meine Schwierigkeiten. Für mich war, also von der Chemie her, äh, war eigentlich, äh, Emma Stone und Andrew Garfield, äh, für mich perfekt. Also ich fand die, die beiden, ich mein gut, die waren ja auch, waren oder sind ja auch privat ein paar waren. Weiß nicht, glaub nicht, oder? Sie waren auf alle Fälle eins, ob sie noch sind, weiß ich nicht. Und ich finde die Chemie zwischen den beiden war perfekt auf der Leinwand. Man kann jetzt von ihm als Peter Parker halten, was man will. Man kann von ihr in ihre Rolle halten, was man will. Aber die Chemie war perfekt. Aber sie war doch auch nicht die MJ, sie war doch die, wie heißt sie? Nee, nee, sie war die MJ. Nee, mir geht's ja nur um die, ja, ja, schon klar. Um die, um die, um die Chemie. Aber wie heißt sie? Gwen Stacy? Gwen Stacy, ja, genau. Aber es ist, äh, ja, mir hat's, mir hat's jetzt hier im Spider-Man Far From Home einfach an, an emotionalem Gewicht gemangelt. Also ich fand, das ist halt, das, es stand nie irgendwie großartig was auf dem Spiel. Also ich hatte jetzt keine Angst um, um seine Freunde oder halt jetzt auch um MJ. Ich hatte keine Angst um ihn. Ähm, der Bösewicht war ziemlich blass, fand ich. Und dann wirkte so ein bisschen, ne? Ähm, ja. Aber immer noch, und wir wiederholen uns jetzt an der Stelle, immer noch ein sehr, sehr unterhaltsamer Eintrag im Cinematic Universe, dem ihr als Fans natürlich sowieso und wenn ihr auf Unterhaltung auch seid, auch natürlich jederzeit eine Chance geben könnt. Das ist jetzt ein Meckern auf sehr hohem Niveau, würde ich sagen. Und es ist nicht der erste Film, ähm, jetzt von den 23, die so ausfallen. Also es gibt schon so, so Fast-Food-Marvel-Filme einfach, die guckt man sich an, die hinterlassen jetzt keine großartigen, äh, äh, der zweite, ähm, der zweite, ähm, der zweite Endman, der Wars war auch so ein Ding, wo ich sag, der war echt nett, äh, hat Spaß gemacht, äh, hat niemandem wehgetan, aber hat jetzt keine großartigen, großartigen Eindrücke hinterlassen. Aber mehr als der jetzt. Finde ich jetzt schon. Also auch nach der zweiten Sichtung. Die geben sich nicht viel. Na, ne. Aber ist das jetzt einer, wo du zum Beispiel auch sagen kannst, ja, okay, um da jetzt in der Story durchzusteigen, kann man sich den ja auch weglassen, oder? Also das ist halt einer, der, der jetzt das Cinematic-Universe per se einfach kein Deut voranbringt. Na, null. Und das ist das, was mich so, ja, so ein bisschen annervt. Ja, aber da gibt's ja mehrere. Ja, aber nach Endgame, äh, da musst du da, da müssen sie den Zuschauern ja schon irgendwas geben, wo du weißt, in welche Richtung geht's denn jetzt. Und das gerade mit diesem Multiversen, da können wir ja nochmal drüber reden, ähm, ja, ich glaube, wir kommen jetzt zum Spoiler-Teil. Ich muss jetzt was sagen. Dann, äh, ja, wie gesagt, geht rein, guckt ihn euch an, habt Spaß damit, ähm, lasst euch jetzt von unserer, äh, zu Tode-Analysiererei, äh, hier jetzt nicht abschrecken, ist, äh, der Film macht Spaß. Ja, er macht wirklich Spaß. Wir versuchen den halt irgendwie jetzt in das große Ganze einzuordnen und, äh, da könnt ihr, ähm, das könnt ihr noch nach dem, nach dem Spoiler-Alarm anhören. Ja, das wollte ich so nicht sagen. Ja, genau, weil wir jetzt gerade bei Multiversen waren. Im Prinzip erwähnen sie es ja, aber dann ist es, es wird nur erwähnt. Aber dann ist es weg. Ist es fake. Und dann ist es fake, genau. Es gibt nämlich gar keins. Nein. Weil, das fand ich ja wieder clever. Wieso? Das fand ich ja wieder clever. Weil, ich hab dir ja schon gesagt, ich stör mich ja sowieso dran an diesen Gedanken, äh, mit diesen Multiversen. Das war mir eh zuwider. Ja. Äh, und dass es dann halt alles fake ist, das fand ich ja cool. Das fand ich cool. Ja, aber jetzt weiß man trotzdem nicht, wie es weitergeht. Nein, da stimme ich dir zu. Also, das, es, es bringt jetzt das Cinematic Universe in keins davon weiter. Es ist halt insofern tatsächlich... Deswegen sage ich, es ist, es ist eine, eine, ein, ein Nachspann, ein, äh, eine Post-Credit-Scene zu Endgame, weil er an sich... Aber das ist zwei Stunden lange. Ja, genau. An sich jetzt nichts Neues mitbringt. Also, jetzt keine großartigen Informationen. Ich hab auch schon ein bisschen was zu diesen Post-Credit-Scenes gelesen. Das hat mich jetzt aber auch nicht, ähm, großartig weitergebracht. Die erste Post-Credit-Scene deutet halt auf den nächsten Spider-Man hin, wie es da wohl weitergehen könnte. Gott, was waren da jetzt noch? Weil seine Identität enthüllt wird vom, äh... Ja, das fand ich ja voll krass. Ja, gut, der kommt mir eh ein bisschen zu, äh, der hat ja eh keine große Rolle gespielt bislang, ähm, der, äh, JJ, äh, Jonah Jameson, der, der, ähm, Redakteur vom, vom Daily Bugle. Ja, aber das ist ja derselbe Darsteller wie von den ersten Spider-Men. Ja, 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 das ist ja sein, das ist ja sein, das ist ja sein, das ist ja sein Erzfeind eigentlich. Der, 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 der ist ja, hat ja irgendwie persönliche Abneigung gegen Spider-Man und versucht ihn ja irgendwie mit schlechten Nachrichten immer runterzumachen. Ähm, der taucht ja jetzt auf mit einem gefakten Video von Mysterio, ähm, das ihn quasi als Unglücksbringer hinstellt. Das finde ich, finde ich jetzt eine coole Ausgangssituation für den nächsten Teil. Ähm, aber die Endsequenz mit den Skrull, äh, die ja als Formwandler auf der Erde unterwegs sind und jetzt hier mal in Vertretung von, äh, Nick Fury und Maria Hill, ähm, agiert haben. Das fand ich so ein bisschen hä. Ja. Und, äh, dass er, aber, also wir haben die ja zuletzt gesehen, ich weiß nicht, vor 30 Jahren oder so, äh, wann hat Captain Marvel gespielt? War ja in den 90ern, 20 Jahre, äh, wo sie dann am Ende auf der Suche nach einem neuen Planeten waren. Mhm, genau. Und jetzt sieht man halt, äh, Nick Fury als offensichtlich Kommandeur eines riesigen Skrull-Schiffs, ähm, am Ende. Es war eine lauter Skrull auf dem, auf dem. Mhm, ja, ja. Und dadurch, dass die ja eigentlich böse sind, die Skrull, und eigentlich, ähm, in den Comics gibt's so eine, äh, so eine Storyline, ich glaub, die nennt sich Silent Invasion oder so, wo die Skrull nach und nach eigentlich Superhelden ersetzen. Okay. Und, äh, das war jetzt so eine Theorie, die ich gelesen hab, dass es da vielleicht, gehen sie so in die Richtung Skrull, die sie ja jetzt als gut hingestellt haben, dass es da vielleicht eine Splittergruppe gibt und die zwei, äh, die man ja jetzt schon als Captain Marvel kennt, äh, auf der Erde quasi auf der Suche nach, nach dieser Splittergruppe sind, oder wie auch immer die das jetzt weiterführen. Man, man, wie du schon sagtest, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Es gibt für mich jetzt als Nicht-Comic-Kenner einfach keinen, keinen Deutz, äh, in irgendeine Richtung, wohin die Reise geht. Mhm. Was ich auch, also, wo wir gerade noch bei Kritik sind, was ich furchtbar lame fand, aber du, du kennst ja meine, meine Abneigung gegen sowas. Äh, äh, das war, ja, ich fand's auch nervig. Es gab, es gab einen interessanten Twist eigentlich, weil ich dachte immer so, das, was man in den Trailern sieht, oder der Großteil davon, äh, im Prinzip in der ersten Filmhälfte abgefürstückt wird, und man dann denkt, okay, jetzt, äh, sind... Da hab ich mich noch gewundert, weil... Sind diese Elemente das besiegt? Weil der Mysterio, ähm, ist ja am Anfang, denkt man ja, okay, er kommt aus einem Multiversen, oder so erklärt er das ja, und er ist jetzt auf der Erde, um die Elementals zu besiegen, die jetzt halt, äh, hier auf der Erde sind, und die haben seine Familie, ähm, getötet und seinen Planeten zerstört, bla bla bla, und du denkst dann halt, er ist ein Guter. Und dann stellt sich halt raus, nachdem, ähm, Peter Parker die Brille von Tony Stark, der, äh, äh, diese Brille ist unter anderem auch ein Zugriff zu Edith, einem Verteidigungssystem, das, äh, im Weltraum, Weltraum, ähm, Kampfsatelliten hat, ohne Ende, Kampfdrohnen ohne Ende, also es ist eine mächtige Waffe, gibt er dann einfach an Mysterio, und ab dem Moment macht's dann schnipp, und, ähm, ja, und dann stellt sich halt heraus, dass kein Multiversum ist, es ist alles mit Hologrammen erzählt, also auch dieser Bar besucht dann, wo er ihm die Brille dann gibt, diese Bar gibt's im Prinzip gar nicht, und, äh, und dann kommt die große Erklärbär-Geschichte, wie er dann jedem seiner Crew-Mitglieder dankt. Und erklärt, was die zu tun hat. Und erklärt, was die getan hat, auch die Dame, wo seine Kostüme gemacht hat, die wird dann auch noch namentlich erwähnt, das ist wie so eine Oscar-Rede. So, naja, und ich danke, ich danke, ich danke, und dann erklärt das halt noch dazu. Also, nur wobei ich irgendwie wusste, dass der böse ist, und du dann noch so neben mir, hä? Hä? Nicht so. Ja, aber es war doch klar, dass er böse ist. Nö, war mir nicht klar. Ich weiß aber auch nicht, woher ich das wusste. Ich dachte eigentlich, ich hielt ihn am Anfang für, also, aber das ist wieder dieses Skrull-Phänomen, ich hielt ja die Skrull auch per se für böse. Da haben sie intelligenter damit gespielt, und dann hab ich das jetzt einfach so vorbehaltlos hingenommen, und dachte mir, naja, gut, dann ist der halt gut, so. Ähm, und dass die Elementals halt alle nur inszeniert waren, um ihn da quasi zum nächsten größten Superhelden aller Zeiten zu katapultieren, das fand ich einen interessanten Twist, aber die Art und Weise, wie es halt aufgelöst wird, nämlich in einem Schlag mit einer großen Erklärbärsequenz, wo er halt einfach alles, seinen kompletten Plan erklärt, und dann halt wieder diesen Schalter umlegt, von gut auf böse. Ja, und aber auch nicht wirklich böse, wo du dann denkst so, ja, und dann im Prinzip, jeder, der ihm hilft, hat halt einmal irgendwie eine blöde Erinnerung, also quasi der eine, der ihm da bei den Hologrammen geholfen hat, der wurde mal angeschrien von dem Partner von Tony Stark, der Jebediah, und dann der andere wurde mal, also jeder wurde irgendwie mal gedemütigt, gemobbt, und dann hat sich quasi eine Vereinigung der Gemobbten zusammengetan, um dann, ähm, äh, um diesen Plan dann auszuhacken, und dann quasi, was, die Weltherrschaft? Die Motivation von, von, das war alles so lame, hey. Von diesem Beck war ja, er hat so dieses holographische, also so ein holographisches System entwickelt, das ja auch in einem, in einem Iron Man Teil, äh, ich glaube, war es der dritte, äh, gleich am Anfang, wo, wo man Tony Stark quasi in so einer Art Rückblende sieht, wo er mit sich von seinen Eltern verabschiedet, ähm, und das mehr, minder als Psychologie-Spielzeug abtut, und das war so der demütigende Moment für ihn, äh, jetzt nach Tony Starks, ähm, verschwinden, äh, jetzt quasi die, die Macht an sich zu reißen. Ja, also das System war jetzt nicht, ja, es ist, es ist Hanebüchen, aber, äh, es ist eine Comic-Verfilmung, also, wie diese Illusionen zustande kommen, dass, äh, sich selbsttarnende Drohnen diese Illusionen projizieren und halt auch mit Schockwellen und Schüssen halt die Explosionen, also physischen Auswirkungen, ist geschenkt. Ich hab das jetzt nicht großartig hinterfragt, das war okay. Ja, aber das, aber das hat es schon gut, äh, schon gut gemacht. Also, das ist, also, glaube ich jetzt, aber die Beweggründe ist das, was ich halt. Aber die Motivation hinter, hinter dem Ganzen, die war schon wieder mal arg dünn und. Ja, sehr fragwürdig. Und es war jetzt auch keinerlei, keinerlei Konflikt da, also, es ist ja oftmals so, dass die, also die besten, die besten Bösewichte sind eigentlich die, die man versteht. Mhm. Also, wo man zum Teil nachvollziehen kann, warum der so ist, wie er ist. Wo man einfach auch so eine Zerrissenheit spürt und halt merkt, okay, der versucht das Richtige aus den falschen Gründen zu tun oder das Falsche aus den richtigen Gründen, wie auch immer. Ja. Ähm, das ist halt hier gar nicht, das ist einfach so irrelevant, was der will und wieso er es tut. Der ist halt einfach nur machtgeil. Ja, aber auch so, so, wo sie dann halt so erzählen, was ihnen halt dann passiert ist, dann möchtest du am liebsten sagen, ja, buhu, geh doch mal in die Ecke und hol dich aus, weißt du, dann wird schon wieder alles gut. Also. Ja, vor allem, sie bauen ihn halt konsequent in der ersten Filmhälfte so als Best Buddy, neuer, bester Freund vom Peter Parker auf, bei dem er sich tatsächlich mal ausholen kann, über Superheldenkram reden kann, als Ersatzfigur für Tony Stark. und, ähm, ja, ich weiß nicht, das, und dann, wie, das, das stört mich so ein bisschen, dass wir da einfach so den Schalter umgelegt haben und ich hätte mir das einfach wie vielen anderen Filmen auch, wo mich das stört, aber so ein bisschen subtiler gewünscht, ein bisschen schleichender, weißt du, dass ich so hin und wieder mal so einen Hinweis, so einen Blick oder eine Geste, die dich irgendwie stutzig werden hätten lassen, so, hm, hat der doch vielleicht was anderes geschrieben, das gab's gar nicht, es gab einen großen Moment, Klick, Licht an, tadaa, wir sind alle böse. Ja, das hat mir so ein bisschen, hm, aber, wie gesagt, dann, was danach folgt, ist halt, da drehen sie halt das Tempo dann komplett hoch, also im Gegensatz zur ruhigeren, sehr humorvollen ersten Hälfte, die dann tatsächlich mehr so diesen Klassenfahrtcharakter hat, äh, kommt halt in der zweiten Hälfte dann, äh, die, die jagt mehr oder minder von Mysterio auf Spider-Man, beziehungsweise halt auch seinen, seinen Liebsten, seinen Freunden, ähm. Die er dann beschützen will. Ja, weil, weil er halt denkt, äh, die, dass die seine Pläne durchkreuzen können, weil sie halt einen Hinweis gefunden haben auf, auf seinen, seine bösen Machenschaften, das ist ja der Grund, ähm, da ist mir allerdings, äh, noch viel besser in Erinnerung geblieben, diese, ähm, ja, fast schon albtraumhaften Sequenzen, wo er, Peter Parker, quasi, äh, die Realitäten einfach um die Ohren haut. Mhm. Das fand ich viel cooler als in dem Kampf. In, 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 wo sie in Berlin waren, gell? Ja, ja, ja. Das war saucool. Das war schon cool, ja. Also, wo du halt auch als Zuschauer nicht mehr weißt, was real ist und was nicht. Was oben unten ist, ja. Was mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist aus dem Endkampf, ist halt die Tatsache, dass sie endlich, ähm, endlich quasi diesen, diesen Spider-Sense, also diesen Spinnensinn von Peter Parker mal zum Einsatz bringen, der ja eigentlich sehr stiefmütterlich behandelt wurde, wo er jetzt komplett, also bei Homecoming sowieso und auch in den Marvel-Filmen, wo er dabei war, ist das mit dem Spinnensinn, das ja eigentlich das Ding ist, ja. Ja, ja. Man kann keine Banane an den Schädel bekommen, weil Spider-Man weiß, dass da jetzt eine Banane kommt. Ja, aber ich denke, ich denke, das, nee, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, weil, weil, ich denke, das ist jetzt, mir war es jetzt nicht so klar, dass sie das beabsichtigen, aber er ist halt noch nicht erwachsen. Er ist halt noch nicht, weißt du, er ist noch ein heranwachsender Spider-Man und so haben sie das jetzt auch verkauft, dass sie quasi diesen Spinnensinn, ähm, jetzt nicht einfach unter den Tisch fallen haben lassen, sondern halt sich gedacht haben, naja, vielleicht muss er das auch erst so ein bisschen lernen, sich auf diesen Sinn zu vertrauen. Okay. So habe ich das aufgefasst. Und das haben sie cool gemacht, weil das war dann, es gab zwar keinen klassischen Heldwerdungsmoment mehr, das, was uns beiden natürlich immer wahnsinnig gut gefällt, das hast du natürlich in Fortsetzungen immer weniger, aber das kam dem Ganzen schon sehr nahe, weil er dann halt plötzlich die Augen geschlossen hat, um sich in dieser Illusion vom Mysterio einfach auf seine Feinde zu konzentrieren. Ja. Das war cool. Ja, das war schon. Das war sau cool. Das stimmt. Ja. Ja, aber alles in allem. Ich weiß nicht, ich fand halt, also gerade nochmal wegen dieser, weil er halt noch so jung ist, dieser Konflikt, weil es so ist halt die ganze Zeit in allen Spider-Man-Filmen ist halt immer okay, er wird so ein bisschen mit dem Schicksal, das er jetzt hat, ist er am Anfang halt überfordert, aber irgendwann gibt er sich halt in diese Rolle, dass er halt sagt, aus großer Kraft entsteht halt große Verantwortung. Und dann weiß ich halt, okay, ich bin jetzt halt Spider-Man, so, Pusteblume. Und in dem Film ist es jetzt halt so, dass er halt die ganze Zeit eigentlich nicht Spider-Man sein will. Und das ist, im Gegensatz zu den anderen Auftritten, die er bis jetzt halt hatte, war es halt cool, Spider-Man zu sein. Und jetzt ist es, jetzt kommt halt, ja, jetzt kommen halt die Hormone und jetzt ist halt Spider-Man eigentlich, ja, hält mich davon ab, ein Junge zu sein. Also, ein pubertierender Teenager. Ja. Aber wenn man es genau nimmt, macht er in dem Film 0,0 Entwicklung durch. Ja. Also, er ist, als Mensch ist er am Ende genau am gleichen Punkt wie vorher. Ja. Mit Ausnahme, dass er halt sein Ziel erreicht hat und... Mit AMG zusammen ist. AMG. Das, also, ich finde, er hat sich, er hat sich nicht bewegt. Er hat sich jetzt wieder, also, es wäre ja eigentlich logisch gewesen, dass, eigentlich hätte ich es logischer gefunden, wenn er sich dann in letzter Konsequenz eben von seinem Teenager-Dasein verabschiedet hätte und gesagt hätte, okay, dann bin ich halt Spider-Man. Ja. Wenn, wenn das ist, was die Welt braucht, dass, dass da irgendwie so eine Entwicklung stattfindet, dass er sich halt lossagt von, also, das ist ja auch dieser innere, dieser typische Superhelden-Konflikt einfach, wo du sagst, du, du erkannst eigentlich keine klassische Familie und, oder es ist halt wahnsinnig schwierig, weil du die halt ständig in Gefahr bringst und das hat mir gefehlt einfach, also, entweder oder, also, sich für die eine oder andere Seite zu entscheiden und das, ja, das habe ich nicht gesehen. War auch nicht, weil im Prinzip war es den ganzen Film halt immer wichtig, auf dem Eiffelturm zu stehen und MJ diese Kette zu geben. Das war eigentlich der Hauptantrieb von ihm und alles andere war halt so, ja, deswegen, natürlich hat er deswegen auch die Brille dann weitergegeben, weil er sich gesagt hat, ja, was soll ich jetzt dann damit? Ich will ja eigentlich gar nicht mehr. Oder ich fühle zu viel. Da war er auch ganz froh drum. Ja, genau. Und dann fühle ich, ich fühle zu viel Verantwortung und das ist mir alles zu viel. Und, ähm, das ist für mich halt, ähm, nicht Spider-Man. Ja, ja, wie gesagt, es hat mich, uns emotional weitestgehend unbefriedigt zurückgelassen. Also, ich glaube, der emotionalste Moment war dann wieder am Anfang, wo halt erzählt worden ist, dass Iron Man tot ist. Also, da, das fand ich traurig. Also, weil halt Iron Man, ähm, das ist halt wirklich so eine Figur, wo es da halt fehlt und sie haben es schon gut auch gezeigt, dass es, wie, wie traurig es ist, dass er halt fehlt. Ähm, aber der Rest vom Film, ja, das ist für mich, da finde ich halt zum Beispiel, ähm, der, der andere Spider-Man-Film mit, mit Tobey Maguire, weil da gibt es so viele Sequenzen, wo er halt auch immer, ähm, so diese innere Zerrissenheit einfach zeigt und auch, ähm, wie, wie er sich auch immer, ähm, ähm, darstellt oder wo er dann auch sagt, zum Beispiel, da gibt es da dann auch diese Szene, wo er, glaube ich, im Krankenhaus liegt und MJ besucht ihn dann und, und er will eigentlich, ähm, auch in ihren Augen ein, ein viel, also er will ein Held sein und das ist das, was ihn antreibt. Und da ist es irgendwie, er will kein Held sein, weil das ihn davon abhält, mit MJ zusammen zu sein. Und eigentlich ist die, die Motivation halt eine völlig andere. Ja. Also ich hatte, ich hatte ja auch in, in keiner, keiner Sekunde irgendwie das Gefühl, dass er, äh, dass er gerne Spider-Man ist, in dem, in dem, in dem Film nicht. Also er, in dem Film ist es tatsächlich eher ein lästiges Beiwerk und, ähm, aber das hat mich jetzt gar nicht so gestört. Das ist ja durchaus mal, mal eine Phase, die, die man zeigen kann und die ist ja auch glaubwürdig. Also wie gesagt, ich finde es jetzt durchaus nachvollziehbar, dass er jetzt als Teenager vielleicht auch ein bisschen andere, ähm, andere Sorgen hat oder andere Wünsche. Ja. Aber er hat halt am Ende keinerlei, keinerlei, keinerlei Entwicklung durchgemacht und das ist das, was mich ein bisschen enttäuscht hat. Er sagt, weder in die eine, noch in die andere Richtung. Es wäre beides denkbar und plausibel gewesen, wenn er am Ende von diesem Film gesagt hätte, ich hänge jetzt erstmal mein Kostüm an den Nagel, soll sich doch sonst wer darum kümmern. Ja. Na ja, mein Gott, dann, dann übernehme ich den Job halt, aber weder noch passiert. Es hat sich kein Stück bewegt in dem. Ja, ja. Tja. Guck, jetzt haben wir schon fast wie eine Stunde gelabert. Wir labern doch nicht. Nein, wir labern nicht. Was gibt's denn, äh, für einen Ausblick? Mist, hab ich nichts rausgesucht. Ich hab, ich hab, ich hab ein bisschen was rausgeschrieben, äh, was das MCU betrifft, weil es natürlich fraglich ist, wie, wie es ja weitergehen soll, ja. Wenn auch jetzt so, ähm, dieser große, umfassende, äh, Geschichte, Storybogen hinsichtlich der Infinity-Steine, wo wird's so wahrscheinlich jetzt nicht geben, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber es sind natürlich ein paar Filme angekündigt, äh, nach wie vor, äh, allen voran das Black Widow-Prequel, von dem ich immer noch nicht weiß, was ich davon halten soll. Es ist angekündigt natürlich die Black Panther-Fortsetzung, äh, wieder von Ray Coogler, also, äh, dann ist natürlich angekündigt Guardians of the Galaxy 3, jetzt doch, äh, von, ähm, wie ist der Regisseur? Gunn. James Gunn, genau. Äh, natürlich angekündigt, äh, Doctor Strange, äh, Fortsetzung. Und, äh, Captain Marvel. Aber, ähm, ja, ich, 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 ich frage mich halt, also, der Weg halt, man hat, man hatte ja jetzt immer so, ähm, einen, einen großen, umspannenden Storybogen um diese Infinity-Steine und jeder Film hat immer so ein Stückchen dazu beigetragen, einmal mehr und einmal weniger. Ja, ja. Und jetzt fällt das weg und ich frage mich halt, also, wie sich das, ja, ich hoffe, ich hoffe inständigst, äh, dass sie, dass sie da ein Rezept finden. Ähm, es muss ja nicht wieder irgendwie sowas Großes sein, ja. Das, glaube ich, wird, äh, wird auch nicht mehr passieren so schnell, ja. Meinst du? Wie Endgame. Aber ich frage mich halt, ob sie es schaffen, ähm, ich glaube nicht, dass sie schlechte Filme machen werden. Ich glaube, dass uns auch die kommenden, äh, Marvel-Filme Spaß machen werden. Aber wie sie das Ganze zusammenhalten und, äh, vor allem wie dann halt, ob es dann einen nächsten Avengers geben wird, wenn ja, wie der aussehen wird, äh, man weiß es alles nicht. Ja, ich, ich, ich wäre ja jetzt eigentlich ein bisschen, äh, optimistischer gewesen vor der Sichtung von Spider-Man Far From Home, aber nach der Sichtung, weil es halt offiziell immer noch ein Abschluss ist. Ja. Und dieser Abschluss für mich nicht gegeben ist. Also, äh, also, weil es einfach das ganze Thema von Endgame zu sehr am Rande und am Anfang abgefrühstückt wird und dann kommt halt, dann wird einfach weitergemacht. Also, ob es ein normaler Spider-Man ist. Und du kannst es nicht, ähm, als Abschluss nennen, wenn, ich weiß nicht, vielleicht erwarte ich einfach von dem Wort Abschluss auch zu viel. Weiß ich nicht. Vielleicht ist, sollte man einfach sagen, okay, Endgame, cut. So, fertig. Und dann kommt halt Spider-Man Far From Home. Und im Prinzip ist das für mich auch so. Also, ich finde es, ich finde es tatsächlich unglücklich, äh, mir tut es auch leid um den Film. Ja. Ähm, weil es eine unglückliche Position ist. Ja. Er hat jetzt echt den schwarzen Peter einfach. Ich weiß nicht, wie, wie, ob sie sich da verzettelt. Ich weiß es nicht, was da der Plan war. Aber, äh, das wäre ein Film gewesen, der vorher, also, vor Infinity War sogar, äh, noch besser gepasst hätte. Oder, wenn man was ganz anderes hätte gemacht als Auftakt der nächsten Phase. Und da hätte ich mir halt jetzt erwartet, aber wie ich schon sagte, da bin ich skeptisch und ich habe keine Ahnung, was das sein soll, dass die, für mich müsste eigentlich der nächste Film der Phase 4 irgendwas anteasern. Ja, ja. Ähm, irgendeinen, einen Weg aufzeigen. Aber, aber mächtig den Weg aufzeigen. Also, jetzt nicht wieder so beiläufig in den ersten fünf Minuten und dann wieder weitermachen mit, äh, mit den einzelnen Helden, sondern, ähm, schon auch, also, da muss, der nächste Weg muss halt jetzt einfach gegeben werden. Es muss kein Infinity War werden, aber irgendwas, was den, diese, diese Bezeichnung Phase 4 dann irgendwie gerecht wird, weil, wenn das jetzt lauter einzelne, nicht zusammenhängende, äh, äh, Marvel-Filme werden, die Spaß machen, aber wo ist dann, was, wo ist dann Phase 4? Was, wo, wo, wo arbeiten die dahin? Und, naja, vielleicht machen sie das ja auch absichtlich, vielleicht hat Kevin Feige ja, äh, äh, einen, einen Plan, von dem wir nichts wissen. Vielleicht, äh, kommt er da bald mal um die Ecke. Aber ich glaube, dass wir jetzt auf alle Fälle erstmal ein, zwei Jährchen warten werden bis zum nächsten Film. Hm, hm. Ähm, also, das habe ich schon gelesen, dass da irgendwie, äh, was weiß ich, 2021, äh, oder so, ähm, echt erst weitergehen soll und da bin ich halt schon gespannt. Ja, wir sind jetzt schon verwöhnt, weil jetzt gab es ja im Prinzip jedes Jahr ein und mindestens zwei Filme. Naja. Ja, müssen wir uns eine andere Droge suchen. Mhm. So ist es. Naja. Ja, ansonsten, äh, kinomäßiger Ausblick, äh. Ja, ich würde ja, mich würde ja schon König der Löwen reizen, oder? Ich würde der Toy Story mehr reizen. Toy Story? Ja. Ja, auch. Äh, ja, König der Löwen, weil das ist halt unglaublich. Also, allein die Plakate wieder, wenn man das sieht, wie, wie die Computertechnik da, äh, das zaubert. Ja, aber ich bin, es gibt Disney-Filme, zu denen ich mehr Bezug habe, die mich mehr... Ja, ich habe auch nicht so einen Bezug zu König der Löwen. Das ist genauso, wie, 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 wie mich die, ähm, Aladin-Verfilmung kalt lässt. Die kann ich mir mal, die werde ich mir sicher mal anschauen, aber das mich, die zieht mich jetzt nicht so ins Kino. Nein, die hätte mich eigentlich nicht mehr ins Kino ziehen sollen, aber da fand ich, irgendwie auf der ersten Sichtung fand ich das Casting einfach nicht ansprechend. Ja. Das ist halt immer, steht und fällt halt, ne? Ja. Ich fand das jetzt zum Beispiel, Schöne und das Biest, war eine sehr gelungene, äh, Realverfilmung. Ähm, und jetzt kommt halt so eine, so eine Schwämme an, also Ding, Ariel wird ja auch verfilmt, ne? Ja, ja, also Dumbo haben wir uns ja auch gespart. Dumbo haben wir uns auch gespart, obwohl es von, von Tim Burton ist, aber der hat ja sein Zenit schon überschritten. Ähm. Ja, Dumbo werde ich auch nicht anschauen. Und ja, weiß nicht, äh, ich bin, wir sind jetzt nicht, äh, wir sind jetzt nicht in der, in der, in der Situation, wo wir sagen, juhu, endlich werden die, die Zeichentrickfilme unserer Jugend real verfilmt. Ne, irgendwie nicht, also das ist, ich bin auch kein, damals schon auch kein Fan gewesen, wenn ein Disney-Film funktioniert hat, dass er dann halt auch immer einen zweiten Teil, einen dritten Teil, die habe ich mir nie, nie angeschaut, weil das ist einfach, für mich existieren die einzelnen Filme und der Rest ist eigentlich, das ist mir wurscht. Aber vielleicht sind wir, aber wir sind, glaube ich, also ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht die Zielgruppe sind. Ne, sind wir ja auch nicht. Sondern die, schon wieder nicht. Nein, die Zielgruppe sind junge, junge Menschen, die die Filme nicht kennen, die nicht mit diesen Klassikern aufgewachsen sind, die wahrscheinlich, nee, die, wenn sich jetzt, denen man jetzt, wenn man jetzt die Schönen das Biest zeigen würde, sind das für ein alter Zeichentrickfilm. Ne, ohne Scheiß. Das glaube ich. Und für die Leute oder für die Kinder und Jugendliche machen die Filme schon das, was sie machen sollen. Also sie bringen halt diese Figuren und dieses Disney-Universum halt jungen Menschen näher, die mit diesen alten, angestaubten 2D-Zeichentrickfilmen nichts anfangen wollen. Ja, nein, ich glaube, das ist eher, dass, es gibt ja auch tatsächlich Menschen da draußen, die mit animierten oder mit Zeichentrickfilmen halt nichts anfangen können. Und im Prinzip, das ist eigentlich, das ist die Zielgruppe, die halt dann sagen, okay, also Zeichentrick nicht. Ich habe doch gesagt. Nein. Doch. Ne. Du hast gesagt, ein jüngeres Publikum. Die mit 2D nichts anfangen können. Ja, aber auch mit, ich sagte, animiert. Alles, was animiert ist. Ach so, meinst du? Ja, genau. Gibt es ja da draußen. Es gibt Leute, die mögen keine animierte Filme. Und die haben dann halt die Realverfilmung. Also ich denke, das ist eigentlich so umhauptsächlich. Naja, egal. Ja, wobei das ja auch, die sind natürlich schon extrem CGI-lastig. Und wenn du hast, zum König der Löwen, auch widersprechende Tiere und alles. Ja, aber das ist ein Unterschied, das ist ja trotzdem eine Realverfilmung. Also, mein Spider-Man ist auch CGI-lastig. Ja. So. Mal schauen. Mal schauen. Was uns ins Kino ziehen wird. Hast du einen Serientipp? Ja, natürlich. Was haben wir denn? Gestern fertig geschaut. Was haben wir denn gestern fertig geschaut? Durchgesuchtet eigentlich in wenigen Tagen. Ja, fand ich jetzt nicht so. Doch, haben wir schon zügig. Ja. Also das hat jetzt keine 5 Tage gedauert. Nein, 3 Tage haben wir gebraucht. Ja, die Rede ist? Und Stranger Things, die dritte Staffel. Natürlich, türlich. Türlich, türlich. Sicher, Dika. Ja, also wer Stranger Things mag und kennt, kommt natürlich an der dritten Staffel sowieso nicht vorbei. So viel sei gesagt, die dritte Staffel legt nochmal eine gehörige Schippe obendrauf. Ich fand sie extrem gelungen. Ich fand sie deutlich besser als die zweite, die uns, die mit einigen Längen zu kämpfen hatte. Die gibt es hier nicht. Extrem clever, weitererzählt, was ist, noch ein paar Millionen Budget obendrauf geworfen. Und offensichtlich optisch, akustisch, beeindruckend, eklig. Oh ja, sie ist so eklig. Ähm, wirklich, 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 wirklich gut gemacht. Unglaublich gut produziert. Und ja, auch eine konsequente Weiterführung der Figuren, die ja jetzt alle auch, die reellen Figuren natürlich erwachsen werden. Und das ist natürlich schon ein Problem. Also wenn du eine Serie startest mit Kindern, was ja de facto waren, und man sieht das auch in den Rückblenden, denken sie vor, waren die da jung. Ja, voll süß. Und die jetzt halt zu Erwachsenen werden. Aber das haben sie wirklich schön eingebaut und haben die jetzt weiterverfolgt. Die Frage ist natürlich, ob und wie es weitergehen wird. Ich fände es einen, ja, zwar melancholischen, aber guten Abschluss der Serie, wenn sie das hier zu belassen würden. Schade natürlich, wie so oft, wenn es nicht weitergeht, aber ich bin ja der Meinung über, also auch wenn es am schönsten ist, als das jetzt tot zu reiten. Das stimmt, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn sie weitermachen würden. Ja, aber ich kann mir jetzt echt nicht vorstellen. Ja, ist halt schwierig. Ja. Ja, ich meine, es passt schon so und es ist wirklich ein guter Abschluss, deswegen. Irgendwann ist ja mal gut mit den Aliens. Ja, nur mit der Dimension. Oder was auch immer da rumkreucht und fleucht. Ja, guckt euch Stranger Things Staffel 3 an. Ich glaube, das ist kein Geheimtipp jetzt für die meisten von euch. Aber nur noch eine Bestätigung dessen, dass man sich die in Ruhe angucken kann, weil die wirklich gut ist. Absolut. Ja gut, dann kommen wir zu euch. Ja, und zwar gab es, ich wollte nochmal fragen wegen unserer letzten Sendung, gab es überhaupt irgendwelche Rückmeldungen? Nein. Ich hatte nur eine Rückmeldung für WhatsApp, dass Alien 3 kein guter Film wäre. Kann ich mir überdenken, wer es war. Ja, aber den verteidigen wir vehement, bis aufs Blut, dass der besser ist als sein Ruf. Ist er ja auch. Er ist nicht der beste Alien-Film, aber er ist besser als sein Ruf. Ja, aber auf jeden Fall besser als der vierte. Auf jeden Fall. Auf tausendmal besser als der vierte. Ja, schade, dass mich jetzt wirklich interessiert, eure Lieblingsfilme für die Insel, aber naja, wenn ihr alle so schüchtern seid, dann halt beim nächsten Mal. Dann halt nicht. Vielleicht zum nächsten Jubiläum. Ja. Wie dem auch sei, wenn ihr uns trotzdem Rückmeldungen geben oder uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr euren Freunden von uns erzählen, uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen, diese oder jede andere Folge kommentieren, uns eine Nachricht nicht schreiben, uns auf iTunes oder panoptikum.io bewerten, uns via Flatter unterstützen, über unser Partnerprogramm bei Amazon einkaufen oder uns anderweitig eine Sach- oder Geldspinne zukommen lassen. Alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast, kleint eures Vertrauens und natürlich auf kat.exklamatio.de. So, das war's dann für heute. Habt noch eine schöne Zeit, wir genießen den Rest dieses Sonntags, dieses grauen Sonntags. Es ist so dunkel. Es ist so dunkel, ja, heute können wir wahrscheinlich nicht auf dem Balkon essen. Wie dem auch sei, habt eine schöne Zeit. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Bis bald, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.